einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von soulmarks weiter geht so das erste was wir machen wir gucken mal ganz kurz ob unsere rüstung inzwischen fertig ist nein leider noch nicht aber er ist am bauen wir müssten aber hier schon welche drin haben oder bestienleder das hört sich doch schon mal gut an bestienleder hatten wir schon und jetzt fehlt noch eine kleidungsstück das ist ja gerade machen genau ich würde tatsächlich jetzt noch mal einen kompletten satz beziehungsweise drei sätze in das war ein bisschen viel drei sätze komplett in auftrag geben für die anderen jungs und mädels dass die auch eine anständige rüstung haben so ok bestien 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 es wird kleidung kose schuhe empfohlen hat irgendwas nicht mitbekommen maybe wer wird schon mit der quest nicht was ja so maro so maro haben wir eigentlich alles an handschuhe könnten wir noch machen aber warum nimmt er die denn jetzt nicht jetzt hat er so genommen ok sei gut vorbereitet blablabla drücke m und auf der karte im nebelgebiet die sperr markierung zu prüfen welche meine denn jetzt ich glaube wir nehmen hier oben ne ok ich würde mir tatsächlich einen der pappenheimer hier mitnehmen money 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 du kommst mit money ist aber okay wir sollten money mitnehmen aber money bräuchte noch mal eine kleine bitte kleine ausrüstungshilfe gucken ob man die noch mal ein bisschen aufschustern können stein knochen holz das ist alles nicht so ja alles klar hey money guck mal her money guck mal ich habe hier ein paar schuhe für dich die sind glaube ich besser ähm oh das waren meine schuhe entschuldigung ähm so äh du hast kein kleid die hose hat 132 ok dann ist das auch besser und du hast kein kleid okay alles klar also ein brustteil bräuchten wir für ihn auch ein brustteil ähm das ist die hose ja toll hätten wir können wir das einmal nach oben schieben ähm wir haben kein leder mehr alles klar dann geben wir doch noch mal leder in auftrag da haben wir keine gerbflüssigkeit mehr ähm mach mal zehn stück und dann würde ich gerne noch eine tatsächlich noch eine waffe für ihn gerne herstellen ähm und zwar hier so ein riesenhammer was wird die hier dicke seile dicke seile dicke dicke seile daten und zwar sind stück sind stück hoch damit was fehlt ihm hier warte auf betreue alles klar dann würde ich mir nämlich den einen mitnehmen also mani hier können uns hier mani nochmal genauer angucken warte mal ähm ich möchte überlegen wie das war o ne das war ich das war ich äh na das war ich auch nicht aber hier können wir das gucken attribute war es glaube ich ähm angriff eigener clan wächter haben mich blablabla wächter 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 also die haben der hat tatsächlich sehr viel mit 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 ähm Schild und Bogen äh Schild und Bogen äh mit Schild und Schwert sollten wir dem Schild und Schwert geben maybe also das da und das was wir glaube ich weggeräumt haben äh das hier ich glaube das sollten wir mani geben wo ist mani 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 sitzt da drin und macht ja nix na mani naja guck mal das kriegst du jetzt abgenommen dafür kriegst du das und dafür kriegst du das und das kriegst du wieder auch wenn es Schrott ist so und du kommst jetzt bitte mit kämpfen so komm wir gehen folg mir F2 helfen passiv rette mich okay alles klar so wir müssen mal da hinten hinlaufen mal schauen was jetzt passiert äh ich hätte mir was zu essen mitnehmen sollen wir laufen jetzt zurück wir sind weit gekommen würde ich sagen wir sind richtig weit gekommen mani äh da da müssen wir hin äh alles klar wir haben hier super viel essen aber irgendwie nicht das was wir brauchen gerade toll ist ja wieder prima baumrinde ah hier ist noch was drin alles klar ähm alles so das nehmen wir raus äh mani hast du wie sieht es bei dir denn aus okay du kriegst dann also auch noch ein paar Teile aufteilen alles klar aufteilen aufteilen jetzt man so guck mal mani da kannst du was essen äh 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 da unten aufteilen mani will noch nix essen scheinbar so mani äh achso die Rüstung kommen wir jetzt natürlich auch noch nicht fertig ne belastend belastend dient von mir hm okay ähm dann würde ich sagen wir reparieren das Ding doch noch okay bringt halt auch nix ne bringt halt auch nix Hose 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 sieben zwölf Hosen aber nicht das was ich brauche ich würde gerne tatsächlich noch ähm warte mal das wollte ich noch mitnehmen ich würde gerne noch einen Bogen mitnehmen dass wir uns da vielleicht einen rauspolen können oder so keine Ahnung sowas in die Richtung Pfeile nehmen wir auch mit so alles klar gut komm mani jetzt aber let's fucking go let's fucking go gucken wir mal was wir da hinten bekommen oder auch eben nicht klub ähm und reduziere seine Spiel unter blöcke eh um ihn zu verhöhnen wer hält so im Bereich okay alles klar alles klar äh wir müssen da lang wir laufen also richtig immer der Nase nach bekanntermaßen immer der Nase nach Entsendung beenden was ist denn eine Entsendung kann ich mir halt gerade gar nichts davor stellen ähm ja wir looten mal wieder man kennt es machst du auch was nö ok ich hätte das Fleisch mitnehmen können ne egal äh wo sind wir denn hier gelandet na gut hallo hallo so alles klar ey das geht ja richtig gut mit dem Typen Manni wir nehmen dich öfters mit Manni wir nehmen dich ab sofort öfters mit hundertprozentig ab an die Kiste gucken wir mal was drin ist ähm alles zu entfernen nichts Gutes wie ist das eigentlich kannst du Bandage benutzen äh aufteilen ich geb dir mal acht Stücke ich weiß nur nicht ob du sie benutzt hm werden wir schon rausfinden hallo weiter komm Manni äh Manni kann ich dem denn irgendwie die Order geben Kontrolle also ich könnte das wenn nur so machen ne I nee Etapp das runter dann machen wir den dann das Kontrolle ok äh da lang ach so ich sollte mir vielleicht auch nochmal am Band umlegen auch wenn wir noch ganz gut beisammen sind aua 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 Manni äh Manni Manni wo ist Manni hin da jetzt steht ein Manni jetzt hier blöd in der Gegend rum und guckt sich die Landschaft an kämpfen ok ganz wildes Ding hallo okay Manni nimmt den langen Weg Oh, das ist ja nicht schlimm Wir treffen uns unten Oh Okay, wir treffen uns oben Hui Hops Oh oh Hops Bandage, Money Oh, wir kommen doch nie mehr wieder Scheiße Wir kommen doch nie mehr wieder zurück Und wir sind falsch abgebogen Ähm Wir müssen weiter in diese Richtung Wir müssen weiter in die Richtung Hier wäre aber eigentlich auch geil gewesen Zum bauen, merke ich gerade Schöne Fläche Mehr oder weniger Hier haben wir halt wieder so ein Blödes Loch, aber Also so richtig gerade Fläche Hab ich bisher noch nicht gefunden Also so richtig richtig gerade Ähm, immer überall nur Berge Oder sonst irgendwas Hallo Hallo Ich würde hier gerne hoch Ähm Oh 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 Okay, das war knapp Okay, wir sollten besser Vorher immer mal runter gucken Ich glaube Wir müssten weiter nach oben Oder? Kann das sein? Könnte das sein, dass wir weiter nach oben müssen? Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir hier irgendwie komplett falsch sind Aber nur vielleicht Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir hier komplett falsch sind Was bist du? Ach, Manny ist auch wieder da Hey Okay So, wir sind aber fast am Ziel Wir sind fast am Ziel Frage nur Bisschen weiter nach rechts Ja Hallo Okay, das war Nummer 1 So Information erhalten Oh, okay Mein Okay Okay, er mäht den einfach um Alles klar Kann man natürlich auch so machen Ähm Ich hoffe, wir haben noch die Information bekommen, lieber Bolten Hatten wir nicht Steaks mitgenommen Ich wollte schon sagen Okay Erhalte Alpaka-Reittier Ah, geil Hier schön ist drin Harz Kupfererz Cool Ähm Alpaka Was ist das? Alpaka Was ist das denn? Ah Für Erkunden empfohlene Bewusstseinsstärke 20 Wächter Säbelzahn Bestie Legende Legende Nach Blablabla Schwafel Schwafel Interessiert mich gerade nicht Noch nicht Mine Mine? Ich habe auch eine Kaserne Okay, ich habe jetzt viele, viele Fragen Ähm Die erste Frage, die ich mir jetzt gerade stelle Ähm Drücke T Und Betrete Leder Was? Was? Achso Ähm Ich soll Leder Alles klar Ähm Ich stelle hier Erhalte ein Alpaka-Reittier Die sind zur Fortbewegung und zum Transport nutzbar In manchen Ruinen und Kasernen können Alpaka-Kälber-Jungtiere gefunden werden Die man nach Hause nehmen und sie zu Reittieren großziehen kann Okay, das ist ja geil Okay, das Jetzt kommen wir doch langsamer dahin, wo wir hinwollen Ähm Okay, warte mal Wo habe ich denn hier eben eine Kaserne? Da oben Kann ich da jetzt einfach hin und da Hm Also ich würde hier tatsächlich Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind Würde ich ja tatsächlich mal dahin Und gucken Ob wir da jetzt so direkt so ein Reittier mitnehmen können Also ja, machen wir es doch, oder? Uns geht es noch gut Ähm Wir laufen schon mal so in die Richtung Und gucken mal, was wir da so Unterwegs so finden, aber Ich glaube, die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht Vielleicht kriegen wir ja direkt so ein kleines Muscheltier da Äh, ich rette dich Gar kein Problem, mein Freund Ähm Ne, ich würde gerne Nicht zur Ruine Ich würde schon gerne direkt da hinten hin Ich würde schon gerne direkt da hinten hin Und gucken, ob man da Ein Alpaka bekommt Ich glaube halt Wir müssten das wieder mit Fallen machen Habe ich irgendwie so Obwohl Es heißt ja, dass die dort einfach mitgenommen werden können Hm Ähm Wir müssen weiter nach rechts So in die Richtung So in die Richtung Ähm In manchen Ruinen und Kasernen Ist die Ist die neu? Ne, die hatten wir aber glaube ich auch schon Ah Wir laufen einfach da hinten hin Scheiß drauf Wird schon schief gehen Wird schon schief gehen Ein von beiden Wir fracken und wir müssen alles neu machen Hallo Nimmst du mal deine blödes Dinge da raus Danke Also ein von beiden Wir müssen gleich ein bisschen was neu machen Oder es hat funktioniert Das werden wir dann gleich rausfinden Ähm Aber ich würde jetzt tatsächlich Einfach mal testen so Also Wie gesagt Wenn wir schon mal hier so So weit drin sind Dann können wir doch direkt da Mal richtig reinhasseln Und gucken Was die da so zu uns sagen Ob sie überhaupt etwas zu uns sagen Oder direkt Mit 30 Mann kommen Das wissen wir noch nicht Okay Hier sieht es cool aus Hier gibt es Krokodile Oh Oh Okay Hier gibt es auf jeden Fall Krokodile Das ist glaube ich nicht so gut Okay Wir machen hier jetzt kurz einen Break Ja wir machen hier kurz einen Break Hier scheint nichts In der Gegend zu sein Wir gucken mal Ne Hier scheint nichts in der Gegend zu sein Wir machen hier kurz einen Break Ich danke fürs Einschalten Ich danke fürs Zusehen Ähm Wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Wenn ihr Lust habt Bis dahin Wünsche euch einen schönen Tag Tschüss